Schönen Tag. Wer also für sich weiß, dass er die Folgen von Masseneinwanderung sehr kritisch sieht, wobei es kein... Wenn es denn Grundbehörden in Deutschland gibt, die ganz massiv aus dem Ausland... ...sondern allesamt uns einreden, wollen, dass... ... Freiheit und wir wollen diese Leute hier heute nicht und das wollen wir hier noch mal betonen ganz deutlich. Vielen Dank! Vielen Dank.